Ach, Mandy, nimmst du bitte den Kaugummi raus? So, und jetzt einmal bitte lächeln. Lächeln! Mandy, lächeln! Jetzt stell dir doch mal vor, du bist frisch verliebt. In einen Typen, der ganz viel Geld hat? Oder Follower bei Instagram? Oder vielleicht in einen Mädel? Also, Mandy, es muss doch irgendwas geben, worüber du dich freust. Eww, hier war's ein Kaugummi um zu meinem Tisch geklebt, ich hab's auch reingefasst. Oh, Mandy, geht doch! Der nächste, bitte!